Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Flitterwochen Flitterwochen Nummer 4 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Flitterwochenzauber Jetzt starten wir gemeinsam ins Abenteuer. Flitterwochenzauber Jetzt starten wir gemeinsam ins Abenteuer. Flitterwochenzauber Jetzt starten wir gemeinsam ins Abenteuer. Hier befinden wir uns in einem wahren Flitterwochenparadies, das zu einer gemeinsamen Auszeit einlädt. Hier befinden wir uns in einem wahren Flitterwochenparadies, das zu einer gemeinsamen Auszeit einlädt. In den Flitterwochen erleben wir die Liebe im Sonnenuntergang. In den Flitterwochen erleben wir die Liebe im Sonnenuntergang. In den Flitterwochen wird das Glück intensiv erlebt. Dann kehrt der Alltag zurück. In den Flitterwochen wird das Glück intensiv erlebt. Dann kehrt der Alltag zurück. Die Flitterwochen sind der Höhepunkt der Zweisamkeit. Danach müssen wir beide wieder arbeiten. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Flitterwochen Die Flitterwochen Die Flitterwochen Die Flitterwochen Die Flitterwochen Die Flitterwochen